Ja, ich bin der Rolf und ich habe 40 Jahre Ukulele gespielt, in drei Triffen, in Gegur. Und damals hat mir eine kleine Stimmflöte geholfen, die Ukulele zu stimmen, denn das war ja damals schon eine exotische Stimmung, die keiner kannte. Aber nach 40 Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der sagt, Mensch, du musst auch noch C-Dur und D-Dur lernen. Und jetzt spiele ich ein Stück von einem kleinen, von einem ganz kleinen Fisch, der heißt, das ist der Umu-Umu-Nuku-Nuku-Nuku-Pua-Pua, der ganz kleine Fisch. Ich bin der Rolf und D-Dur. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020